Freundlich, familiär, sympathisch und effizient. Das Kampfsport- und Fitnesscenter in Oberutzwil vereint all diese Attribute und ermöglicht seinen Mitgliedern das Training in einer bestens eingerichteten und modernen Atmosphäre. Trainiere im Gerätepark individuell deine Ausdauer und Kraft, selbstverständlich immer unter fachkundiger Aufsicht. Oder interessierst du dich für ein Gruppenworkout? Neben Tebo und Zumba bietet das Kampfsport- und Fitnesscenter Oberutzwil auch Karate-Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Komplettiert wird das vielfältige Angebot durch das Kickboxing-Training. Der ehemalige Kickbox-Schweizer-Meister und Mitglied des Schweizer Nationalteams, Armin Baltic, treibt dich zu Höchstleistungen an. Ausdauer, Kraft, Selbstvertrauen und jede Menge Spaß. Und das alles zu einem fast unschlagbaren Preis. Melde dich an für ein unverbindliches Probetraining. Du wirst es nicht bereuen. Kampfsport und Fitnesscenter Oberutzwil. Was will man mehr?